Ich bin mit SUXY TV, Beckmann ist so stark und ja heute, ja zu Anfang jetzt mal, bin bei der Fahrtfinder, deshalb habe ich Fahrtfinder-Sachen an und lasst uns nicht von den Wünschen, dann muss ich nur kurz sagen, aber dann ist ja auch egal und wir machen heute 10 Arten, nee das waren 5, scheiß drauf, 5 Arten von den DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-Fußballspielern und ja, ich sage, hier ist nein. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt Fußball spiele. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Hier ist die Jacke. Ich mache alles, Digga, ich kann Fußball spielen. Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Oh, äh, daneben gespielt. Ah, du hast hier mal einen Platz. Ja, ich bin Kanacke, Digga. Ich bin Kanacke. Ich bin Kanacke. Ich bin Kanacke. Ich bin Kanacke. Wieder richtig aufgeregt. So. Oh, ich habe doch nicht Fußball gespielt, ey. Aber was ist, wenn ich mich verletze? Oh, der Biss bestimmt zu hart. Ich trau mich nicht. Oh, ha. Fußball habe ich seit Mal auf der Reihe. Ich bin jetzt 14 und ich spiele seit 10 Jahren Fußball. Seitdem ich 2 bin, spiele ich Fußball, ne? Was guckst du? Ich schreibe Fußball. Ich schreibe Fußball. Und jetzt manchmal. Ich schreibe Fußball. Ich schreibe Fußball. Ja, das geht manchmal. Ich schreibe Fußball. Ich schreibe Fußball. Das ist einfach. Ich schreibe Fußball. Ja, ich schreibe Fußball. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, über, äh, abonniert gerne meinen Kanal und gebt ein Like und vielen Dank an meinen Freund. Äh, sag mal Hallo. Ja, äh, und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!